und die playstation ist echt leise jetzt raten ja ja ich würde mal sagen dass uns hier bleiben hier kann es aber gut ballern die kommen von oben ich brauche kein geld wenn du hilfe brauchst das ist das ist tschüss Ich liebe das so in der Ecke getrieben zu werden, oder? Das fand ich voll geil Richtig Ja Gut geschossen Munition hast du auch Alltag, korrekt Enoch drei Leute hier Sauber Junge von hier hätt schon So, komm zu mir Die Kapsel ist sicher und offen Gut gemacht Hey, du Geldsack Vergiss nicht das Geld anzulegen Willst du meinen Rat? Leg dir Granaten zu Lass uns hier bleiben, hier ist gut Ja ja hier ist eigentlich Hier ist gut Ich will die andere, die Weiß ich immer gar nicht sehen Danke Vielleicht wenn der Boss kommt Ja ja, dann laufen wir immer die ganze Zeit hier im Kreis runter Hier hat man einen super Kreis Hat jeder genug Munition? Ja Gut Tag Die Pause ist vorbei Zurück an die Arbeit Mehr Sets kommen Ich will alle töten Ich will alle töten Halte mal Du sagst Arschloch, ich sag Kornsohn Halt euch die Uhr zu Sirene Ach stimmt, genau wo ich war Genau wo ich war Ja ich weiß, hab ich gemerkt Da kommt Eins und zwei Nein, nein Oh, noch einer Schöner Schuss Schöner Schuss Pass auf Pass auf Oh Gott, die haben Die Armen haben gar keine Schmerzen Ne, bist ja nicht Sag nicht so Jetzt kommen diese Dreckscrawler Oh Eine Sch... Eine Schroh, die einfach in die Fresse hat Nein, nein Ja, nein Oh, du musst gerne noch Also du Dreckscrawler, Alter Hast du denn sonst schön zu sein können Wir chillen voll, Alter Jawollah, das ist voll die chillige Runde Ohne zu wissen, was da ein Stalker ist, hab ich den abgekriegt Ja Immer wieder jetzt nach unten Ah, genau Das war der Letzte Geh zur angezeigten Katzel Für mehr Ausrüstung Du hast das meiste Geld verdient Ich schätze, du gibst heute einen aus Wir leben nicht Was denn? Kauf etwas Panzerung Ich brauch nicht mehr wenn ich von einem Stück Ich brauch das meiste Geld verdient Ich denke, du gibst heute einen aus Nein, ich hab meine Doppelmeckung verkauft So muss immer sein Fürstings, ne? Ja, ohne geil Doppelgiegel Bin auf Auch Mehr Sätze, hab dir noch gegeben Packt eure Sachen zusammen Doppelgiegel Wie istues auch Ja Das ist gerade mal die 3.ru hier sieht es wieder aus wie im blutbad oder dass meine seite die zeit ist fast links kommt aber nichts das war eigentlich meine seite nein von hinter uns kann nichts kommen deswegen finde ich das ich benutze sie gern noch einer ich habe hier stück getötet ich komme von gerade aus Das war aber ganz gut, ganz gut. Okay, der tickt mich. Ja, komm. Ich bin tot. Echt? Ja. Ich guck hinter dich, ja? Guck mal. Da vor dir ist einer. Rechts jetzt, bei dir. Hinter dir? Ja, dann. Sirene! Den meint ich. Hinter dir ist alles Bosch. Da, der kommt. Hinter dir. Hinter dir. Elite Crawler. Spring runter. Einen. Lauf weg. Gewinn. Noch 37. Und das packst du alter. Hinter dir. Ja, ja. Schimmer. Hinter dir ist leer. Mach die Zirn zu Wände, willst. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich habe nur noch 30 Kugeln. Ich habe nur noch Headshots. Ich will nur noch Headshots sehen. Hinter dir kommt ein Crawler. Ja. Hinter dir noch ein Crawler. Jawohl. Jawohl, hier ist der Revolver. Da ist halt nix. Ich kann den Rest machen. Gut genug bin ich. Hinter dir ist leer. Ja. Na, jetzt halt dich ein bisschen. Ja, ja. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Das ist wunderbar. Doch, sauber. Ich sehe das alles. Knallt diese Dreckschlampe ab ab. Alter. Ja, mach's. Fucken. Boah. Voller. Bäm. Du bist erledigt. Jetzt kommen bestimmt viele von da. Ich guck immer an die andere Tür. Guck du nach unten. Eine von diesen verhüllten König hier. Das ist Dorka. Okay, den sehe ich nicht. Doch da. Kann man nicht runterspringen? Wann noch 16 Stück, Alter? Weiß ich nicht, weil ich hab ja nicht so. Erledigt die letzten Cent. Dann kann ich die Hände an der Kasse. Fuck. Ich hab keine Munition mehr für die Googles. Sorry. Wir machen jetzt Eindämmungszentrum. Noch eine halbe Stunde und dann kommt Gorka mit, ne? Tut. Ich müsste ja. Wenn er nicht pennt, der wix. So, was geht nicht? Ah, hier ist gut. Hier ist gut. Oh, da. Guck. Guck mal, mein Skinner. Von der Waffe. Gott, schon. Kurzen Prozess gemacht. Boah, wo kommen die auf einmal nachher? Waffen machen Spaß, ne? Das hat Spaß gemacht. Oh, der ist hier. Die sind perfekte. Ich lade nach. Die sterben nie. Ich lade nach. Die sterben nie. Kapsel und rüstet euch aus. Du blutest ein wenig. Aber du wirst überleben. Dann kommt die nächste Band. Los, ich langweile mich. Du pack die Munition von mir. Ich bin eine Munitionskiste, siehst, sag mal. Einiges. Ich habe nicht mehr viel. Du hast sogar Geld, ne? Hättest du gesagt. Ne, ist egal. Da hättest du mir keine Munition für Pistole holen. Oder wir sind hier im Weltall, ne? Guck mal hier raus. Ich hätte erwartet, dass wir auch sieben zu arbeiten mehr Geld einbringen würden. Schau, ich dachte, ich kann die Scheibe zu schießen. Und dann fliegen alle setzt raus, ne? Ja, ein schönes Nassgebiet. Wir haben Magnetstiefel. Ja. Also wir würden nicht von dem Druck sterben, so, ne? Ach ne, im Weltraum gibt's das eigentlich nicht. Nein, nein, ich wollte jetzt nicht Studenten scheißen, so. Oh, Scheiße. Tschüss. Oh, Scheiße. Oh, das ist Dreckscaller, Alter. Neue Patronen im Laufe. Ich muss nachladen. Wir haben ein bisschen Ziele, ne? Ich hab hier schon. Schön. Peilen? Ja. Noch einer. Gut geschossen. Bruder, ich bin noch in der Ecke. Bei dieser Crawler, ne? Ja, ich schaffte das. So, jetzt könnt ihr alle. So, verfickten... Bruder, komm schnell. Geh, wir sind. Sirener! Ne? Immer gegen diese Bastard, Alter. Geht zur angezeigten Kassel. Meine Fressel. Ich brauch meine Waffe, wo bin ich gestorben? Ich nehme die mit. Was für ein Blutbad. Was auch immer du getan hast, um zu überleben. Mach weiter so. Ich will die nur, um zu verkaufen. Ja, ich hab die. Fick. Sirenen, Alter. Dann werden wir einsehen, dass so etwas einfach falsch ist. Aber, na komm, nein. Leg die Waffe schon mal da hin. Wenn ich du wäre, würde ich mir Granaten zulegen. Ah, hast du schon gefragt. Brauchst du Geld? Hier ist etwas Bargeld. Äh. Mehr Geld. Okay. Ne, dann hole ich mir das. Verkauf mir das. Ich schließe die Kapsel gleich. Das. Das. Und. Ja, ich hab sogar 96 Schild bekommen. Genau. Heil dich. Jaja, ich warte dann. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Wunderbar. Jetzt hab ich diese... Kampflinte, Alter. Gott. Scheiß auf Multi-Action. Der kleine Bastard, Alter. Kommt so n Dings. Dieser Kettl ist ja gekübt. Ja, ja. Ich seh den schon. Ich bin da, Zett. Dann kommt der Mann. Du unterstatt. Jetzt beende den Auftrag. Habe. 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 Ich bin Ecke. Ja, ja. Ja, ja. Habe. 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 Nächste Welle direkt Ich muss beschreiben, Bruder, und nachladen Wir müssen uns kurz geschützige Plottsraum abbringen Perfekt, die Katze ist wieder offen Schatten wir mal 9 von mir aus Boah, was Du hast den Lech nicht gut im Team gemacht Der Flechbaut hat mich nicht auseinandergenommen Ich bin auch auf den draufgegangen Du siehst schrecklich aus, lass dich heilen Das ist ein hungriger Hund, ne, mit dem Knochen sieht Bisher arbeiten wir gut Du hast das Geld verdient Du hast das Geld verdient Jetzt gib es aus Was ist das? Wirst du gleich sehen, zeig ich dir Flashback Ja, ja Kommt das nicht raus? Weiß ich nicht Hast du ein bisschen Geld? Ja Sind heutzutage alle rein? Ja, korrekt Alles klar, das ist dieser Husk Letzte Chance Ich muss die Kapsel zumachen Was ist der Boss? Nein, das ist Dings Dieser, wir heißen die Ach so, dieser Feuertyp Diese Flammenwerfer, ja Die Kapsel ist geschlossen Geht neuer Westen So, ich glaub hier sind wir Abo, da ist ein Dings Munitionskiste Sauber Meinst du, das ist gut, Alter Ich glaub wir werden hier richtig verkackt Diese Tür wird nicht ewig halten Die sind hinter der Tür Ich hab die zugeschweißt Welcher? Achso, ok Ja, hier kommen auch noch welche User gehst runter oh Huh So, ich bin bereit, Alter Ich steh genau dort über trouble Und Zack, 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 zack zack fack, zack zack Nun, ihr habt nicht gesagt. ich habe gefühlt gerade 50 stück erledigt auf einmal ich habe auch ein PS-Pflippel Bruder da kommt die schon ich schick dir jetzt kurz ich bin noch nicht wieder an schaffst du der einen noch okay ein paar die hinter die seiner noch meine presse alter woher kommt die alle wenn ihr fertig sein kann ich die händler kapsel wieder die frau die immer im hintergrund allerdings kommt ich hatte autos findet alles kann wenn sie nicht mehr werden sie euch in stücke reißen hol dir das handwerkszeug für deine job ich habe alles alter ich habe wohl nur noch leben hier bleiben oder die zeit ist ja ich fand es ziemlich gut er macht nicht so nein 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 nicht 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 auf keinen fall die pause ist vorbei zurück an die arbeit mehr setzen kommen und ich nehme meine kampffläche raus hier muss ich mich hinsetzen ja ich komme ich denke ich habe Okay, jetzt fickt er mich. 50, tot. Ich hab zu Flashpound und Dings direkt bei mir. Boah, geil. Oh, der hat nicht mehr viel, Alter. Heil dich, nicht vergessen. Ja, kann ich gerade. Okay, der ist da. Ja. Oh, ho, ho, ho. Oder mit Berserker. Ich hab keinen Bock mehr auf Berserker. Ja, ich glaub's dir. Alles klar, ich glaub's dir. Nichts auch nicht. Weil am Anfang, du gewinnst zwar so, aber das ist keine Herausforderung mehr. Erstens das und zweitens, du kannst nicht ballern. Kannst du auch noch mal hier sein? Du kannst nicht mehr mehr auf Berserkung. Ich hab nicht mehr auf Berserkung raus, ich hab nicht mehr drauf. Ich habe keine Herausforderung, ich hab nicht mehr auf Berserker. Ich hab ihnen auch mehr auf Berserkung. Ich hab nicht mehr auf Berserkung. Vielen Dank.